Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Chivalry Medieval Warfare. Heute mal eine Runde Free For All. Ich weiß, gab es gestern schon, aber da war es Deadly Warrior. Und ich habe Lust auf ein bisschen Free For All. Ich sehe aber gerade nur noch knapp 5 Minuten, dass dein Map wechseln. Naja, geht schon. Geht schon. Ich würde aber hier endlich mal mein komisches, kleines Schwertchen kaputt machen. Komm schon. Nein. Level natürlich. Ich würde mein Schwertchen leveln. Dass ich endlich mal den Säbel freigeschaltet bekommen als Zweitwaffe. Dafür werde ich... Ah, nee. Jetzt kann ich vergessen gegen ihn. Au. Scheiße. Ich muss mich jetzt wieder erstmal umgewöhnen. So, für die, die die Folge gestern nicht gesehen hatten. Ich hatte letztens ganz, ganz große Probleme mit meinem Aufnahmeprogramm. Nein, das stimmt eigentlich gar nicht. Mit meinem Mikrofon. Das hat nämlich dazu geführt, dass mir quasi eine komplette Aufnahme flöten gegangen ist. Aua. Aufnahme war leider für die komplette Woche. Man hat meine Stimme nicht gehört. Ich habe die jetzt auch mittlerweile schon gelöscht, weil Festplattenspeicher eingenommen hat. Die werdet ihr also nie wiedersehen. Oder eben, nee. Nicht wieder. Ihr werdet sie nie sehen. Ähm. Teilweise waren ein paar ganz nette Sachen dabei, aber ich finde, ohne Stimme macht das alles nicht allzu viel Sinn, finde ich. Ist halt dann nicht so richtig ein Let's Play. Scheiße. Deswegen sei es drum. Ich hoffe, ich kriege es diese Woche geschissen, jeden Tag eine Folge zu veröffentlichen. Falls nicht, ihr wisst, woran es liegt. Alter. Ähm. Ja. Wie gesagt. Ich hatte Probleme. Nicht zu kleine. Meine Soundkarte hatte sich entschlossen, den Modus zu wechseln und dadurch kein Mikrofon mehr zur Verfügung zu stellen. Warum sie das getan hat, habe ich bis heute nicht rausgefunden. Aber ist ja auch egal. Hihihi. Nein. Ich habe mich doch geduckt. Auf jeden Fall. Ich muss mal gucken, ob ich das zeitlich diese Woche hinkriege. Es gibt viel zu tun für mich. Sowohl arbeiten als auch hier YouTube und so, ne? Falls nicht, seid mir nicht böse. Falls es nicht klappt, jeden Tag eine Folge zu machen. Seid mir nicht böse. Es kommen auch wieder andere Tage. Ihr kennt mich ja. Ich lasse euch nicht hängen. Zack. Zack. Scheiße. Ich wollte ihn noch holen, aber... Da hat er mich empfangen mit einem Bruststich. Komm. Einen Kill will ich noch machen, bevor die Map wechselt. Ja. Einen habe ich. Yes. Endlich. Nein. Nein. Komm schon. Komm schon. Nein. Der mit seinem scheiß Schwer da hinten. Krieg ich doch plach. Eine Minute noch. Ich will jemanden mit meinem kleinen Mini-Schwertchen umlegen. Yes. Geht doch. Scheiße, da hat er mich beim Ausholen erwischt. Ich glaube es ja wohl nicht. Hat das jetzt schon gelangt? Für mein... ...neues Schwert? Ich weiß es nicht. Aber ich versuche jetzt noch kurz jemanden mit dem Wurfdolch zu erwischen. Verdammt. Komm schon. Nein. Sechs Sekunden habe ich noch, wenn ich wieder drin bin, oder? Oder, oder, oder? Ne. Vier habe ich noch ungefähr. Hier ist aber keiner. Verdammt. Aber ich habe mich ganz gut geschlagen. Ich war schon schlechter. Komm, bleib stehen. Freutiger Hund. Guck, das ist der Gewinner. Verdammt. Oh, der hat aber seinen Kopf verloren. So, was gibt es für eine Runde? Nochmal free for all. Ich glaube aber eher nicht eigentlich. Aufbeilung jetzt. Ja, ja, der Ladebildschirm, auch wenn sie ihn mittlerweile aufgehöpisch hat, möchte ich ihn trotzdem nicht die ganze Zeit sehen müssen. Da können sie echt noch ein bisschen optimieren. Sehr gut. Wir haben ein Teamspiel. Oh, und ich habe meinen Säbel freigeschaltet. Den nehme ich doch jetzt gleich mal mit. Mein Polehammer natürlich auch noch. Die mit Abstand beste Waffe des Spiels meiner Meinung nach. Die macht nämlich Spaß. Sag mal, was ist denn das für ein Säbel? Das ist ja ganz normale Säbel, den auch der Bogenschützer schon dabei hat. Na, Subi. Da hätte ich mich gar nicht anstrengend brauchen. Geben wir mal ein paar Leute im Dorf verhauen. Ich gehe mal oben rum. In den meisten Fällen ist da keiner, wenn ich... Oh, doch. Bei Dispulgern war mal einer da. Ach, verdammt. Das gibt es doch nicht. Dabei sogar noch einen ungesäbelt. Zwei Filthy Peasants habe ich aber erwischt. Kriege ich aber nicht als Kill angerechnet. Kriege ich nur als Punkt angerechnet, glaube ich. Oh, Erisch. Erisch räumt volle Möhre ab. Wird scheinbar auch noch nicht aufgehalten. Ich gehe nochmal oben rum. Oh, jetzt ist er Erisch gefallen. Oh. Ich hoffe, ich kann ihn holen. Nein, vorbei. Was ist denn der Filthy Peasant hin? Ach, Mann. Ich blogge zu doof. Das gibt es doch gar nicht. Egal. Fünf Bauern sind noch übrig. Das passt. Bin mal gespannt, ob wir bis in den Thronsaal reinkommen. Die schwierigste Etappe kommt gleich erst noch. Ich hoffe, dass kriege ich diese... Folge noch zusammen. Bop. Kopf ab. Die Waffe sieht aber auch übelst brutal aus. Von dem so ein Ding möchte ich nicht getroffen werden. Da bleibt ja echt nichts mehr von einem übrig. Ich versuche, mich vor außen rum zu schummeln. Ach, komm schon. Was ist denn das jetzt? Oh nein. Leck. Server abgeschmiert oder was? Das ist nicht euer Ernst jetzt. Ach, Menno. An meinem Router liegt es nicht. Da hatte ich in letzter Zeit auch manchmal Verbindungsprobleme. Was war denn das jetzt? Haben sie mich einfach vom Server geschmissen oder was? Nein. Nein. Na gut, dann... Schnell nochmal ein Spiel beitreten. Sorry, das hatte ich jetzt auch noch nicht. Aber ich denke, das wird jetzt ganz zügig gehen. So, schon passiert. Pole immer in die Hand. So, und ab dafür. Nein, ey, jetzt spawne ich auch noch... Jetzt nur noch 33 Sekunden sind. Da kriege ich doch die Krise. Ich habe aber heute auch ein Glück. So, Nummer 1. Nummer 2. Ich habe gesagt Nummer 2. So. Geht doch. Und jetzt schmiert mir die Taste ab. Ich kriege die... Ich dachte eigentlich, ich habe meine... Aus dem Spiel rauswerft-Taste unter Kontrolle. Aber dem war wohl nicht so. Das gibt es nicht. Sorry für die Start-Schwierigkeiten heute. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Also wieder die Rausschmeiß-Taste. Nicht benutzen. Aus dem Bild getreten. So, Nummer 1. Wow. Da hat er mir doch glatt den Kopf abgehauen, die Sau. Auf jetzt. So, wo ist das nächste Opfer? Da ist es ein bisschen rot im Wasser. So, den habe ich. Scheiße. Und mich ja da auch. Verdammt. Wenn ich jedes Mal sterbe, nur wenn ich einen Kill mache, dann wird das ein ziemlich blödes Spiel. So. Exter Versuch. Nein. Ach, Mensch. Das habe ich nicht mal umgebracht. Und warum muss ich hier immer sieben Sekunden warten, bevor ich spawnen kann? Warum? Warum? Oh, vorbei. Ich glaube es nicht. Ich bin heute einfach zu doof, glaube ich. Auf der anderen Map hat es doch so schön geklappt. Oder sind die hier einfach besser auf dem Server? Aber, so, dann versuche ich jetzt erstmal mein Wurfmesser zu bearbeiten, bevor ich ihn angreife. So, Treffer. Ach, fuck. So, jetzt ist aber auch mal in Ordnung. Jetzt habe ich die faxen. Dicke. Man at Arms. Ach, scheiße. Wie nabbig ich heute bin. Das passt ja auf keine Kuhhaut. Was haben wir denn noch für Waffen dabei? Boah. Ich krieg die Krise. Ich habe jetzt ja schon seit Minuten keinen Kill mehr gemacht. Immer nur noch zwei. Komm her. Und schon wieder ins offene Schwert gelaufen. Ich muss mich langsam anfangen, bei euch zu entschuldigen, ey. Lass mich bloß in Ruhe. Ich habe gedacht, jetzt würde ich den mal kriegen. Ah, nö. Ich glaube, das wird jetzt tatsächlich mein letzter Spawn. Dann gehe ich kotzen. Genau wie Klotzer, der Kotzer. Da liegen sie überall drin. Die Leichen aus dem Dorf. Ja, endlich. In Gottes Namen hat das lang gedauert. So, mal kurz regenerieren. Bevor ich zu meiner letzten Schlacht streite. Schreite? Nicht streite. Och, Mensch. Mein Schild ging nicht hoch. Supi. Bis morgen. Tschüss.